Wir fahren heute Fahrrad. Was soll ich mehr dazu sagen? Die Zuschauer wollen unterhalten werden. Die Zuschauer wollen keinen langweiligen Fahrradvlog sehen. Hey, ich bin der Jonas. Und ich bin der Kevin. Und wir sind J.K.Lips. Heute machen wir eine Fahrradtour um die Insel Fahne. Los geht's, oder? Ja. Zeitraffer beginnt jetzt. Die Insel ist ca. 15 Kilometer lang. Und ein paar Kilometer breit. Genau. Jetzt sind wir erstmal zum Anfang der Insel. Nach Nordby. Da wo auch die Fähre anlegt. Und von da fahren wir an den Strand. Und da müssen wir fast den ganzen Strand runterfahren um zu den anderen zu kommen. Wir sind hier an der Kreuzung gekommen. Die gibt ein Schild lang. Keine Ahnung was da steht. Ist ja dänisch. Dann wollen wir uns das mal angucken. So, der Jonas holt jetzt die Drohne raus. Dass ihr auch mal ein paar geile Shots von dieser Hammerinsel von oben bekommt. So. Die Drohne ist eingepackt. Weiter geht's. Die Landschaft. Warte, mach das nochmal. Wuuu. Hier ist eigentlich Sackgassen, aber es sieht echt geil aus und dann geht's zum Meer. Deshalb gucken wir mal, ob wir da weiterkommen. Wenn in Dänemark Sackgasse draufsteht, ist auch Sackgasse drin. Wir sind jetzt mitten im Nirgendwo. Und hier ist auf jeden Fall kein Weg mehr, den man mit dem Fahrrad fahren kann. Ich glaube wir sind jetzt hier erstmal im Brötchen. Weil die Aussicht nach hinten zum Meer ist auch ganz geil. Und dann fahren wir gleich wieder zurück. Gut, also wir sind jetzt kurz vor Nordby und fahren jetzt runter Richtung Strand. So, wir fahren jetzt auf den Strand. Das Schöne ist, hier ist der Land so hart. Das heißt, man kann easy auf dem Strand fahren. Auch ohne Mountainbike. Ist das geil. Einfach am Strand Fahrrad fahren. Ich würde sagen, dass ihr auch ein bisschen was von den Drachen seht. Kommen hier noch ein paar Drohnenaufnahmen von den Drachen. Jetzt müssen wir nur noch geradeaus am Strand entlang und dann sind wir gleich bei den anderen. Da vorne ist der Eismann. Da vorne ist der Eismann. Prost. Hier sind jetzt die anderen. Das heißt, wir sind angekommen. Outro? Ja, die Outro. Ok, ich glaube dann kommt jetzt die Outro. Jetzt? Outro jetzt. Ok, Outro. Wir sind da. Wir sind J.K.Livs. Wir sind J.K.Livs.